Du pisst da jetzt grad echt nicht hin, oder? Ich kommt nicht. Peace, Leute. Basket up. Ich ist Marvin und Calvin. Und heute verbringen wir 24 Stunden im Keller. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier im Keller. 24 Stunden eingesperrt im Keller. Genau. Und ja, wir haben den ganzen Keller für uns. Also wir dürfen überall im Keller rumlaufen. Ja. Und Leute, für den neuen 24-Stunden-Teil wie viele Likes? Leute, bei 30.000 Likes kommt der nächste 24-Stunden-Teil. Also haut die Likes voll und der nächste kommt direkt raus. Sofort wird rausgeballert. Und schreibt übrigens noch, wo wir den dann machen sollen. Wir suchen uns das Krass da aus. In die Kommentare. Ich hab schon gehört, im Wald zelten. So eine harte Doppel. Ist schon ein Favorit. Sagen wir mal ins Geheim. Genau. Schreibt Sachen in die Kommentare und wir machen das. Genau. Das wird unsere Hauptbasis, würde ich sagen. Kannst du mal da den Gang noch zeigen. Geht so weiter. Hier. Fitnessleute. Besser ist nur der Fit. Ein bisschen Shit. Auf jeden Fall hier. Ein Raum ist hier. Dann geht's hier. Von hier kam er. Da hoch durften wir auch noch. Aber da die Tür halt nicht rein. Genau. Da hast du uns zu. Hier ist auch noch ein Gang. Genau. Hier auch noch. Wir dürfen uns auch aufhalten. Da hinten auch werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Was sollen wir da machen? Genau. Gruselig. Hier und hier ist auch noch ein Räumchen. Also Waschkeller. Genau. Zack. Und ja. Ich würde sagen, als allererstes brauchen wir die Snacks. Und decken und so weiter. Und jetzt auch hier hinlegen. Jetzt können wir eine kleine Matte. Ah ja. So eine Matte haben wir auch noch. Da müssen wir uns ein bisschen aneinander kuscheln. Ich glaube wir haben nur eine. Aber da haben wir noch eine. Ne, wir haben noch eine oben. Echt. Oh, das wird eng hier. Egal. Wir machen schon Platz. Genau. Wir gehen jetzt erstmal einkaufen, essen und trinken. Genau. Wir kochen erstmal Snacks ein. Und der ist gleich. So mein Junge. Was geht ab? Erstmal Getränke. Safe. Getränke dürfen nicht fehlen, Leute. Genau. Auf jeden Fall Energy. Dr. Pepper Purse ist auch chillig, ey. Ist auch lecker, Mann. Gib mal einen Dr. Pepper. Zack. Gesaved. Energy brauchst du auf jeden Fall. Effekt. Beste. Okay. Ich nehme auch einen. Red Bull, Digga. Red Bull? Ja, Mann. Dann ein bisschen Fooden, ne? Ja, Mann. Essen. Wollt ihr was sagen? Uh. Ja, das sind die besten. Schönen Paprika-Geschmack. Reine, Leute. Auch einen Dip oder ohne Dip? Äh, machen wir mal mit Dip. Hier ein Hot Salsa. Ich glaube, ich mag es mild und du so. Hot Salsa. Ja, gut. Ein bisschen scharf muss sein. Perfekt. Und rein, Leute. So, Leute. Nächster Snack. Ja. Und zwar. Hier. Toasties. Da müssen wir uns wahrscheinlich einen Toaster mitnehmen im Keller. Toaster im Keller, Leute. Das kann was werden. Guter Snack auf Eiweißreis. Genau. Schöner Snack zwischendurch. Und noch hier ein paar Eiweißriegel. Bam. Ich würde sagen, reicht eigentlich schon, oder? Ja, das reicht eigentlich schon. Man braucht nicht so viel. Damit kann man es schon aushalten in der Nacht. Genau. Let's go. So, Leute. Das ist jetzt unser Einkauf, den wir erbeutet haben. Wir brauchen noch einen Toaster. Ja, einen Toaster brauchen wir auch noch. Die Decken. Und die Decken. Und Kissen und alles. Das holen wir jetzt auch. Okay. Holen wir jetzt mal den Stuff? Yes. Let's go. Eine Decke schonmal hier ist safe. Ein Kissen. Das ist einfach immer noch in dem Ballang drin. Ich hab' den noch nicht weggeräumt. Ach, der hat mich gar nicht weggeräumt. Ja, ja. Dann muss ich mir noch ein Kissen rauspulen. Leute, hier sind sogar noch die Plattform. Läuft bei uns. So, ein Kissen. Das ist mein Set. Die Yogamatte hier auch noch. So. So, Bruder. Bist du bereit? Ja, jeder hat sein Stuff hier. Wir sind bereit für den Keller. Let's go. Und ab geht's. Leute, Leute. Wirst du erst mal gucken, wo du dich hinlegen kannst? Oder? Ich könnte ja so quer machen. Einer hier, einer hier. Einer da auf jeden Fall. Genau. Einer hier im Gang. Irgendwie so, ne? Ja. Ah ja, der Toaster noch. Ah ja, der Toaster. Okay, dann holen wir noch kurz. Gehen wir so mit. Let's go. Ist jetzt alles unten, was wir brauchen? Genau. Ich würd sagen, ab jetzt gehen wir nicht mehr hoch, oder? Ab jetzt gehen wir nicht mehr hoch. Wir bleiben jetzt hier. Okay. Hast du noch zuletzt gepinkelt? Oh. Ich hab überhaupt nicht so viel abgesetzt. Oh nein. Egal, lass mal Challenge machen. Das heißt, wir dürfen auch nicht ins Badezimmer. Nein. Also Challenge jetzt auch nicht pinkeln. Wir sind auf dem gleichen Stand übrigens. Wir waren manchmal auf dem Klo längerer Zeit. Also ab jetzt nicht. Ab jetzt einfach nicht. Komm, dann gucken wir ja länger durch. Junge. Ja. Ich muss das schaffen, ne? Ich muss schon ein bisschen. Ich muss eigentlich auch ein bisschen tun. Scheiße, scheiße. Ich schlafe hier auf Handelbank. Ne? Ich wüsste. Ja, du bist ja nett. Junge. Ja, meins. Nee klar. Können der Schnicksack Schluck gleich machen. Genau. Wettraus losen. Ich würd sagen, machen die Ventilator da weg. Ja, die stören gerade. Tut mir leid. Okay, so ist jetzt unsere Base hier circa. Sehr gemütlich sieht's aus. Noch die Becken und so anrichten. Wir haben jetzt circa. Ja. 19h43. Boom. Schnick, schnack, schnuck. Mein MacBook. Oh. Den brauchen wir, Alter. Was machen wir jetzt, Warten? Hoch gehen? Ausnahme? Für YouTube eine Ausnahme? Ich brauche mein MacBook safe. Komm, den dürfen wir ausnahmsweise holen. Aber nicht auf Toilette. Nein, ich komm auch mit. Okay, dann. Ich füllen wir das jetzt auf, Leute. Beweis. Der MacBook. Wunderbar. Der ist aufgeladen. Für Prozent? Ja, 90 Prozent. Klo, leider. Ciao. Können wir nicht auf dem Klo? Waren Leute vorbei, gerne am Klo? Ja. Ich muss noch mal pissen. Nein. Mach Cut, mach Cut. Nein, 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 nein. Kein Cut. Extra Uhr. Ja. Ab jetzt. Füllen wir noch die Tür. Ab jetzt ist sie sozusagen verschlossen. Leute, die Tür ist zu. Bis morgen früh. Das war's. Bis morgen früh. Ciao. 24 Stunden jetzt hier. Dann würde ich sagen, wir machen uns das jetzt gemütlich. Und ja, wir wollten noch die Schneeckdachschluck. Naja, wer wo liegt, ne? Komm. Schneeckdachschluck. Eine Runde. Schneeckdachschluck. Wo oben gewonnen? Wo ist es nicht? Okay, aber ich muss sagen, das ist natürlich frischer. Da, wo du schon ordentlich Sport drauf gemacht hast. Auf der Matratze da. Die wird da auf jeden Fall gemüchter sein, weil die war ein bisschen dünn hier. Ich glaube, ich werde dann die, die ist weicher. Okay, okay. Willst du die nehmen? Alles klar. Machst du es dir gemütlich nicht mehr hier? Ja. Leute, man. Ey Leute, das ist gar nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Nee. Vor allem hier neben dem Fahrrad und so. Du bist einfach auf dem Boden letztendlich. Mit deiner. Alter. Dann kritisch hier alles. Okay, Matze. So. Okay, so geht das. Okay, okay, okay. So, es geht, aber es ist ungemütlich. Und überall... Du denkst... Übers Spinnnetze und so. Ey, das ist krass. Was ist krass? Du bist am Boden einfach. Junge. Du willst dich gar nicht hinlegen. Du willst hier so bleiben. Alter, hier 24 Stunden verbringen. Weil wir sehen mal. Unser Box Spinnnetze sind so 10 Meter von Boden. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, was die hier an. Proviante werden. Was haben wir denn hier schön? Die Toasties. Das wird dann unser Nachtsnack. Toaster müssen wir an der Steckdose anschließen. Ist das die Steckdose? Ja. Oh, Getränke. Sehr wichtig. Immer vibriert bleiben. Das sind meine. Zack. Du hast noch eins. Nachos. Schön film nachher. Gedippt und so. Und die Regel. Zwischendurch. Ah ne, noch ein Red Bull. Ah, Red Bull. Okay, das war's dann. Proviant. Ich bin auch nicht so hungrig. Ich auch noch nicht. Wir haben ja gegessen. Genau. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Was machen wir jetzt? Müssen wir Zeit rumkriegen. Was ist das Ding? Was machen wir jetzt? Ach. Jetzt denkt man sich, was macht man jetzt hier? Ja. Alter. Ich bin im Gefängnis gerade. Du weißt, was du jetzt hier machen sollst? Du denkst hier einfach mal. Das ist jetzt echt hart in der Tat. Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Thumbnell. Ach. Das ist nur ein Thumbnell machen. Ganz, ganz wichtig. Das ist eine Beschäftigung. Genau. Mit Beschäftigung können sie ja Zeit lassen. Genau. Ganz entspannt. Ein Thumbnell. Ein Thumbnell, Leute. Mal schauen, was draus wird. Go! So, Leute. Wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt. Wir haben jetzt mittlerweile 21.44 Uhr. Ich habe langsam Durst. Aber ich muss auch leicht pissen. Das ist gar nicht gut. Ich muss auch leicht. Deswegen mache ich schon mal meine Coke auf. Erster Schluck auf diese Aktion, ja? Auf die Aktion. Cheers. Cheers, Leute. Boah, Leute. Guck mal, wie gruselig das aussieht. Einfach so ein Loch. Das fühlt ins nichts, Alter. Das ist ja gar nicht so ein Loch rausgesprungen. Was sind das für Ventile da, Alter? Ich habe keine Ahnung. Junge, wo das Rohr hat. Das sieht alles im Keller. Wie schön. Man braucht man nicht so achtet das, oder? Ich bin hinter dir. Was? Chill mal, Alter. Wunder, Alter. Gebrank. 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 Aber wenn es reicht. Gebrank. Es reicht! Gebrank. Es reicht jetzt hier. Ein kleines Wunder. Irgendwas stimmt. Auch ein Prank. Boah, es riecht so geil, ne? Ich mag das. Alter. So lange nicht mehr gegessen. Wo ist der Dip? Oh, da ist noch ein Dip, Leute. Wo ist denn? Hier. Alter, ich muss echt bisschen jetzt. Willst du jetzt machen? Ich muss irgendwas hier finden. Ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Eimer findest, kannst du auch da rein pinkeln. Einen alten Eimer oder so. Guck doch mal, ob der hier was findet oder so. Geht nicht mehr. Das wäre noch erlaubt. Oh mein Gott. Alter, die Kamera, Leute. Junge, Junge, die ist fast umgekippt. Junge, ich hab nur gesehen, die hängt da so. BAM! Ja, ich mach's. Awe? BAM! 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 Ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein paar Toasties. Wir haben Hunger bekommen. Mitternachtssnack. Wir haben unsere Boiletten. Erstmal jeder eins, ne? Zack. Lecker. Toasten. Nichts Schöneres, als Toasties im Keller zuzubereiten. Bist gleich. Toasties. Jetzt musst du jeden Moment rauskommen. 3, 2, 1. Jetzt. Jetzt. Definitiv jetzt. Nein, nein, nein. 3, 2, 1. Jetzt. Da waren Fehler und genau, Leute. Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Und zwar genau jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt. Das war eine reine Fehler-Informabel. Genau jetzt. Nee, was laberst du hier? 3, 2, 1 und go. Leute, go. Wir haben beide verkackt. Oh, schön. Heit, heit, heit. Oh, Leute. Oh, wir haben gar kein Ketchup. Mit Ketchup sind wir richtig. Boah, ich mach rein hier, Mensch. Boah. Volker. Mmm. Boah. Leute. Kannst du was Feines? Oder Snack für zwischendurch? Mhm. Wir sagen, lassen wir es schmecken. Ja. Bis später. So, Leute. Sind jetzt ein bisschen müde geworden. Ja. Schon spät geworden. Zeit für den Energy. Auf die zweite. Auf die zweite, Mann. Let's go. Ich glaube, ich krieg jetzt zwei Spügel. Bro. Boah, Mann. Ich hab voll die Energie gerade bekommen. Ja, ich auch, Alter. Jacob. Boah. Boah. Ich hab ne Schulter, ne? Boah. 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 Hey, der Toaster! Du müsst den Toaster noch mal machen. Dann fällt der gleich runter, dann darf ich kaputt. Alter! Ah, verdammt! Leute, dieser Keller ist hier so eng, Mann. Junge, tu den Red Bull da weg, Alter, mein Handy. Scheiße, ist das hier. Leute, mittlerweile haben wir es. 1,39. Ich bin richtig müde, du auch. Ist aber auch, ich werde richtig schlapp. Machst du mal pennen, jetzt ist es langsam. Ja, mach. Dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, wir können einen pennen, Alter. Machen wir mal gespannt, ob wir es schaffen. Wer macht das Licht aus? Ach, mach du bitte. Schneck, 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 Schneck. Eine Runde, ne? Ja. Schneck, 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 Schneck. Schneck, 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 Schneck. Ja. Leute, Schneck, Schneck, Schneck regelt einfach alles bei uns, ne? Was ist jetzt hier? Keine Ahnung. Ach, draußen ist auch noch Licht drin. Ja, draußen. Jetzt geht es jetzt hier. Strom verschwinden. Muss ja nicht sein, ne? Genau. Mach hier schon mal aus, ne? Ja. Was mach ich denn? Scheiß Marvin. Ey. Marvin. Junge. Ich werde mich verarschen, Mann. Ey, ich kann doch nicht so die Sase mit Faxen machen. Ey, Marvin, mach keine Faxen, Alter. Hör auf mit der Scheiße. Nicht jetzt hier im Keller, Mann. Ist jetzt oben oder was, ey? Scheiße. Fuck, Mann. Junge. Was ist da los mit dir? Junge. Was ist falsch mit dir? Ey, das hab ich jetzt perfekt angeboten, Alter. Oh, du Sack, Alter. Das ist nicht mehr normal. So, aber Nachtruhe jetzt. Boah. Du kriegst ja Reib, Trailer. Du bist da, Alter. Ey, du bist wie in der, Mann. Scheiße, Mann. Ey, hör auf, ey. Au. Nosferatu. Hat das Licht ausgemacht? Ja, das hat doch gesagt Nosferatu. Nosferatu. Wer ist das nochmal? Nosferatu, Leute. Nosferatu. Ach so, ja. So, ich will pennen jetzt nicht so. Okay, Leute. Endlich pennen. Wir pennen jetzt. Ja, Mann. Ich hoffe, wir schlafen durch. Ich hoffe es auch. Kein Bock auf ne unruhige Nacht. Falls wir durchschlafen, dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen früh. Wenn nicht, dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Genau. Im Dunkeln. Ich hoffe, wir pennen jetzt einfach immer durch. Wir müssen es schaffen bis zum Morgen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, Leute, ja, bis morgen früh. Jo. Peace. Bis morgen. Der Marsen pennt. Der Marsen. Das war's. Ja, 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 ja. Oh nein, ich höre noch nie, du scheiß Kämmer. Alter. Wir haben jetzt 3 Uhr. 3 Uhr 20 haben wir. 3 Uhr 20. Komm schlafen, Mann. Hast du überhaupt gepennt? Bisschen. Ich bin immer wieder aufgewacht. Ich muss das richtig machen und dann pennen wir weiter. So, ob ich jetzt zweiter pennen kann. Alter, du bist erst verwacht, ne? Einen Spaß musst du mir auch erlauben. Du hast mich auch verarscht mit dem Erschrecken, ne? Ich will ins Wetz. Jetzt noch mal kurz. Ich will ins Wetz. Ich ziehe das jetzt durch bis morgen früh, bis es hell ist. Okay? Also weiter pennen. Dann lass tauschen wenigstens Plätze. Na gut, dann tausch mal die Plätze. Ja. Dreck er. Ja, Licht uns. Ach so. Ich bin hier. Peace, Leute. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Morgen. Moin. Alter, es ist so kalt. Man sieht uns ein bisschen. Geht mal an den Wurf? Ja. Auf jeden Fall friert man sich hier wirklich den Arsch ab. Ich glaube, ich habe ein bisschen Salzschmerzen. Ach, Salzschmerzen? Ja, man. Nervig. Bist du krank? Ja, vielleicht. Kratzt schon ein bisschen. Keine gute Idee hier. Ja. Ja. Das Ding ist, letztendlich kommt hier viel mehr Luft rein. So alles. Mhm. Und die ganze, diese Geräusche. Mhm. Überall ist halt der Straßenverkehr so ein bisschen so. Ja, und dieses Piepschen. Ja, das ist wegen der Heizung-Teil da. Mhm. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich auch. Boah, das war hart. Oh, nochmal. Okay, lass mal raus. Das ist hart. Wir haben es geschafft, Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt mal durchgezogen, Alter. Wir haben es echt mal durchgezogen, Alter. Boah. Nehmen sich wieder die Sachen hoch, Alter. So für die Freiheit. Ja, für die Freiheit, Alter. Tor zur Freiheit. Tor zur Freiheit. Oh mein Gott. Hier. Hier. Rocky. Rocky. Hey. Das geht ab. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Rocky. Hast du vermisst? Ja, da. Hast du vermisst, Bruder? Auf jeden Fall, Leute. Boah, wir haben es gepackt. Ja. Wie gesagt, bei 3000 Likes kommt die neue Folge. Genau. Wie gesagt, schreibt auch in die Kommentare, wo wir diese 24 Stunden dann bleiben sollen. Genau. Wir suchen uns das Beste raus. Seid kreativ, Leute. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Wenn ihr wollt. Marfit. Calvin Fitti. Checkt euch gerne noch unsere Merchap ab. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Und noch liebe Grüße an. Bäm. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach noch abonnieren, direkt wenn ihr auf das Glöckchen klickt. Und dann auf Aktivierung kriegt immer eine neue Nachstellung, was wir auch geladen haben. Geiler Service. Alles. Yes. Dann schreibt mir die Kommentare. Hecht die Glocke aktiv. Und wir sehen, ob die Glocke aktiviert. Genau. Mit ein bisschen Glück hätten wir schon hier wieder einen grüßt euch. Sonst würde ich sagen bis morgen. Peace. Peace.